Willkommen zurück zu Max Payne 3, Folge Nummer 16 müsste es jetzt sein. Ich habe, glaube ich, fälschlicherweise in der letzten Folge gesagt, es sei die 14, dabei war es schon die 15. Jetzt sind wir in der 16. Oh Gott, diese scheiß Mathematik. Kann doch kein Mensch, kein Mensch kann Mathe. Na gut, wir befinden uns gerade mitten in der Cutscene zwischen zwei Kapiteln und Max hat zuletzt gesagt, dass er ein, was war das, sweaty, grey-haired Mess ist. Also er ist ein verschwitzter, grauhaariger Haufen Schnee. Naja, und wir machen jetzt mal die Cutscene weiter. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Dieses Ort, well, dieses Ort würde mich auch töten. Also, ich bin mir auch. Ich kann das jetzt sehen. Ich habe entschieden, dass ich sterben werde, nicht drüben. Ah! At least dann, ich würde sehen, wer mich schlägt. Es war Zeit, um die Kontrolle zurück zu haben, von jemandem zu holen. Und wenn ich sie nicht wegfälschte, zumindest meine Midlife-Krisis würde sie genug verletzen, damit sie etwas falsch gemacht haben. Es war die einzige Hoffnung, die ich hatte. Ich wusste, dass ich nicht richtig denken war. Ich habe schon trinken und verbringst die Painkillers für Jahre. Ich hatte ein Fisch wie ein Fisch, und ein Fisch wie ein Red Leather. Aber es war nicht perfekt. In der Fall, es war nicht so gut. Aber es war zu tun. Aber ich war in der richtige Richtung. Hallo. Hallo, Victor. Max? Max? Du bist, du bist? Natürlich bin ich. Wir wussten nicht das. Wir sind verletzt, Max. Unser Bruder war alles für uns. Ich verstehe. Ich entschuldige dich über deine Verletzungen. Both von euch. Rodrigo war ein guter Mann. Ich habe ihn verletzt. Aber ich wurde verletzt. Was passiert, Max? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Einige Leute aus der Kruse von Predo kamen in das Gebäude. Also, während ich und die Sicherheitsbehörde waren mit ihnen, ein Verletzungen kamen und ihr Bruder. Ich glaube, das ist wie ich das passiert. Nein. Du hast ihn verletzt. Du hast ihn verletzt. Du hast meinen Bruder. Du hast ihn verletzt. Ich verstehe. Du bist verletzt. Aber bitte. Warum würde ich das machen? Ich habe seine Geld. Ich habe seine Geld. Ich habe seine Geld. Marcello. Bitte. Ich arbeite meine Scheine für deine Familie. Ich habe deine Leben zweites. Oder mehr. Und jetzt werde ich Fabianna holen. Wo ist Fabianna? Sie ist in einem Ort, der heißt Nova Esperanza. Wie kennt ihr das, Max? Ein von den Krotter und Predo sagte mir, bevor er sterbe. Bitte. Bring unsere Schwesterin-Lawin zurück zu uns, Max. Unsere Familie wird entfernt. Kapitel 7. Oh yeah. Schön im Hawaii-Hemd. Mit meiner Frisur. Ich bin. Ich bin auf der anderen Seite. 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 Die Menschen versuchen zu ignorieren. Die unbezügliche Erleitung, die sie versuchen zu schauzen, mit Cocktails, Helikopters und Partys und Lines Abblum. Wie ein frisches Fools, der Welt über. Ich bin ein Tag weg von der Sauce für die erste Mal in Jahren und wusste, dass ich ein Hangeres Gericht senden von Mother Nature. Ich habe keine Ahnung, wo ich war, also habe ich einen Weg nach der Straße und ich habe einen Weg nach dem Weg, und ich habe einen Weg nach dem Weg, und ich habe einen Weg nach dem Weg nach dem Weg. Ich habe eine bessere Idee, aber ich habe auch eine schlechte Idee, wie an erzeln von diesem Job im ersten Mal. Hey, gringos! Ich bin auf die Staten, Du musst du helfen, Herr? Du sprichst Englisch? Ja, du sprichst. Ich muss wissen, ob du diese Frau gesehen hast, Fabiana. Komm her für einen Moment. Ich weiß viele Mädchen, sexy. Komm her, komm her. Daher. Wo geht's? Warte mal. Daher? Das ist es. Jesus. Daher, komm her. Oh Gott, wo bringt der uns denn jetzt hin? Na dann, jetzt bin ich am Steuer. Da, sind die Kaffee. Da, sind die Kaffee. Ich habe zwei Hand in Hand mehr, als ich mir das mag, zu erinnern. Du musst nur rund schreien. Ich bin gleich auf der dicken Party. Die Kaffee. I came to return your smile, but in front of Belen, let's go and sing, never forget how your peace is. Let's go, let's go, let's go. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly under cover. I stood out in this place like a street walker in a monastery. I'm going to go and pass her home. I'm going to go, come to the tombstone, There's no hope, nothing, without light that I can inspire. It's going to keep walking, pussy! What the hell is this you're doing here? How will you go up here? Why go here, go. Go there. What do you need, guys? What do you need? I'm asking you. I'm calling you here, pussy! Easy, producer. Oh, easy! Ja, ich habe keine Offenheit. Entschuldigung, amigo. Por favor! All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in Gang territory. These kids were raised hating Clowns like me. Middle income ass kickers who protected the rich by shooting kids like them. Oh, na toll. Wir haben keine Knarre. Ich schloss mich aus der Sauce und ich würde trotzdem in der Götter enden. Keine Sonnenbrille, keine Waffe, und jetzt auch noch durch die Scheiße warten. Na, großartig. Das Kapitel startet jetzt mal. Okay, die Folge ist schon zwei Drittel rum und wir haben fast noch gar nicht gespielt. Naja, das Spiel hat eben viele und lange Videosequenzen. Gehören aber dazu. Erzählen eine witzige Geschichte. Wenn es eine Sache war, die ich gelernt habe, seit ich hier war, war, dass die Bräzilians aus der Wombe kamen, eine Ball. Und für Kinder wie diese, war es eine legale Chance, dass sie hier rauskriegen. Show! Oh, was das? Was ist das? Komm her, show her. Du hast einen... Entschuldigung. Hallo. Fala in Englisch. Ich bin ein bisschen verloren. Entschuldigung. Onde ist du? Du bist in der falsch, Mann. Ah, das verstehe ich nicht. Ich brauche ein Telefon, ein Telefon, ein Publiko. Wir sind nicht ein Centro für Touristische Formation, nein. Sie werden mir nicht helfen. Und wer könnte sie schulden? Ich war ein schulder Amerikaner in einem Ort, wo schulder Amerikaner weniger populär sind als der Klap. Wenn ich meinen Weg aus dieser Verwandte findete, wäre ich auf meinem eigenen Weg. Wenn er auffällig ist, ist, dass er einen Waffengürtel hat. Es sah, als ob es eine Bar vorhanden war. Die Ironie war nicht verloren auf mich. Ich habe gedacht, Sobriete war kein Wunsch mit mir, dass ich tot bin. Hey, wir können nicht schneller laufen. Hey, hast du verloren? In mehreren Wachen, als ich es möglicherweise erklären kann. Ich weiß, dass du. At der Disco, mit der Schmuck. Ja, du hast dann noch hairn und besser clothes. Anders Dudling von Steel, Norddeckoran. Warum auf der Erde bist du hier? Ich bin, um, um, zu suchen. Was machst du hier? Wir kamen um die Kauze zu helfen. See, nachdem ich meine Frau verratete, hat sie gesagt, dass ich etwas tun habe. Und, du weißt, ich habe immer die Kinder, also bin ich in die Angels of the Hill. Oh, es ist eine große Kauze, und sie sind wirklich großartig. Und, du weißt, wir kommen jetzt twice a Jahr zu helfen, inoculieren die Kinder von den Favelas. Ja, es ist ein wunderbarer Givin-Back. Die ganze Familie macht es. In fact, meine kleine Frau ist in ein paar Tage. Waren du Angst? Ah, ich war ein Kauze für 25 Jahre alt. Und, granted, Steel ist nicht San Paolo, aber, du weißt, ich sehe Dinge. Und Leute sind die gleiche, alle anderen, gut, gut und andere. Listen, habe ich gehört, was eine Frau, eine 28 Jahre alt? Sie war kidnapped. Ich habe gehört, dass sie hier beheldet ist. No. All right, gut luck. All right, du, du bist, wie du brauchst. Ich muss zurückgehen. Hey, ich sage ein Prayer für dich. Eine andere Lebensleistung, die ich nicht wollte. So eine Art Bar ist das hier also, ja? Ich wünschte, dass dieser klassisch-lookingen Städte einen Telefon haben, damit ich den Passos ringe, entweder das oder eine Räume, damit ich mich schreie, und sagen, dass diese Kinder die Bother. Hey, ich sage ein Telefon. Telefon, da unten. Seid in den Fällen. Wenn du in einem Lande in einem anderen Lande und du nicht wissen die Worte für Reversationen, und du in einem Lone-Skin-Join, in den Mitteln von einem pooren Slum, Wenn man nur einen Schöpfen hat, wenn man sich einen Schöpfen hat, dann weiß man, dass man ein Verlöser ist. Hey, Matt! Kann ich dir ein Bier? Ich weiß nicht so. Wenn ich mich schreitze, wenn ich mich schreitze, bin ich ein bisschen beschäftigt. Wenn ich dich schreitze, würde ich nicht schreitze. Was ist gut? Ich versuche, ein bisschen zu schreitze. Sure. Wie kann man sich das? Ein Guaranat für ihn. Ein Schöpfen für mich. Vielen Dank. Interessante Haare. Ich wollte dir das erzählen. Ja, aber... Wilsson da Sil. Sehr gut zu treffen. Schön zu treffen, ich denke. Aber ich werde mich entschuldigen, wenn ich mich nicht umgebrachte, als mein Körper. Mit ihnen her zurreichen Konferenz. Einen Sie, den Sie gut看en. Wer kann es sicher sein? Das war es. Ich bin. Du warst bist. Ich habe mich bewirrt. Genau. Have you ever gesehen? Das Mann? Einer? Ja. Er hat wirklich ein Freundeskreuz. Sweetheart. Yeah. He sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group. Rasha Preto. Yeah, I know him. They're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land. Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy, Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay. It's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UF are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together. And at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb. But if I go up that hill right now, I'll be dead in three minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Wait, wait, wait. Look who's there. Oh boy. Hey Green! What are you doing there? No comprende. Leave me alone. Do you have something for me? Do you have something for me? For you? I'll tell you what I got. I got a gun. And if anyone thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Oh. Oh. Die Ufe, also die Polizei, ist auch irgendwie involviert. Sagt zumindest dieser Silver-Typi. Und der ganzen Sache werden wir wohl in der nächsten Folge dann mal nachgehen müssen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.